Ja, also das ist wirklich eine unglaubliche Auswahl. Das ist alles einzeln, sorgsam verpackt. Ich hoffe, man kann das ein bisschen sehen. Einen habe ich da mal rausgezogen, um mal anzutesten, wie sich das anfühlt. Es ist auch nicht zerknüllt oder zerdrückt. Jetzt kommen wir zu den größeren. Auch da sitzt fest, da reißt kein Härchen aus. Sieht gut aus. Mal den jetzt mal rausholen. Liegt gut in der Hand. Das Plastikteil mal loswerden, was da noch dran haftet. Scheint hier unten tatsächlich auch aus Holz zu sein. Also fühlt sich gut aus in der Hand. Richtig schicke Teile. Und halt richtig, richtig viele von. Und dazu gibt es da so ein kleines Schwämmchen. Das ist der absolute Hammer, was hier im Paket drin ist. Und durch die Sicherung und die Tasche lässt sich das zu unserem Zweck super gut mitnehmen. Das wird halt dann unterm Strich eingerollt und zugebunden und dann ist gut. Und schon hat man das alles an Bord. Das ist ein Schnäppchenpreis für so ein Riesenset. Das ist ein Schuss. Vielen Dank.